6 Uhr morgens Oh ja Ich bin nicht bereit, müde Wir haben es nicht bereit, wir sind alle müde Aber ich krieg viel Waffe Effig Wie gesagt, ich bin auch nicht müde und bereit Yo, yo, bist du wach? Nein Bist du bereit? Auf Decke, ja Ich hoffe, ich bricke heute nicht Deine Platzierung heute? Ehh Humble, ich predigte dritter Platz Dritter? Ja Man muss auch mal kleine Brötchen packen Ja, dritter würden wir mitnehmen, oder? Ja So eine Deckbox nochmal Zeig Du spielst Kasteber? Ja Und, findest du das beste Deck, oder? Ja Das kommt drauf an Manchmal spielst du durch alles durch, manchmal verlierst du gegen Book of Moon Okay, danke Und wie stehst du? 1-0 Und? Zufrieden? Ja Ich hatte zweimal sehr gut, mein Gegner hat zweimal gebrickt Wie findest du die Venue? Die Venue ist echt nice, ich kann nicht mehr reden Kaputt, nein Meine Arme tun wie scheiße weh Ja 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 Das ist echt korrekt, ja Und? Was sagst du? Acht Runden? Bist du zufrieden? Ja Ich hoffe das Turnier läuft flüssig und nicht so wie die Region wie gestern war Einfach 5 Minuten, Zwischenrunden sollte reichen Und? Ich lieg schon mal besser, also ich stehe zu 2 Ich spiel noch weiter für die Punkte, die ich mal bekommen kann, aber ja Und? 4-2 Richtig? Jetzt noch 2 Runden Genau Wie findest du die Venue? Die Venue ist nice, es ist einfach nur sehr warm Aber die Venue ist ganz cool Pattische sind größer oder kleiner als die anderen, aber sonst ist es ganz gut Okay Ja, keep going Und Max, wie stehst du? 6-0 Heftig Und wir spielen 8 Runden Und nach der nächsten Runde wird mir noch 1-0 stehen Auf dem Draw Was ich mal nicht hoffe Ich spiel gegen meine Arme, das weiß ich schon Ich hatte gerade ein Featured Match Heftig Das hab ich gewonnen Ähm Ja, bis jetzt Also Ich spiel mehr gegen Metal als gestern Und das kommt mir sehr gut zugute Meinem Deckbuilding Ähm Ja, ich hab Bock Ich schätze mal so 2,5 Stunden sind wir hier weg Und dann so 1-20 Uhr, 2-20 Uhr spätestens zu Hause Also ich hab Bock Es läuft gut bis jetzt Nice Das Glück ist an deiner Seite heute Circular Hard Draw Ja Du wirst halt Erster, du nimmst das Ding mit nach Hause Und Und Ich erzählte Ja, das waren ein paar Punkte, mehr aber auch nicht Alles und allem zufrieden oder War ganz nice das Event Und die Menschen, die sich verloren haben, hab ich gebrakst oder konnte ich nicht wirklich was machen Also Aber Es ist okay, I guess Ja Ich will sich weg, wer sich mal auf morgen sieht Ähm 6-0 zu 6-2 Ich bin frustriert, aber war noch Top 8 Kann nur besser werden Ein paar Punkte nimmt man mit Ähm Und ich freue mich auf die nächsten Wochenende Nächsten Wochenende ist keine Regio erreichbar Und danach wird noch mehr angegriffen Haut rein Jungs